Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Boch. Jawohl, Mann! Sicherheitsgründe anlegen, Raufen einstellen. Die B uitzen und der Marschslust. Patriimes mit Strasbourg lobbyispelt. Bist ist es schon seit den übernicht. Ich bin hier. Das war's für heute. Ich bin nicht bescheidet. Ich bin nicht bescheidet. Ich bin nicht bescheidet. Ich bin französisch. Ich bin deutsch oder russisch. Englisch oder französisch. Russisch oder russisch? Jetzt gehts ab. Das ist gut. Ja! Das war's.